Ladies and Gentlemen, Willkommen zu unserer Arbeit Runde, Project DOSON 2, Kappa Mode. So, ich habe jetzt im Last Millennium alles vorbereitet, wenn wir es mal anschauen, die Nessersatzresen rein. Wir haben 102 Nessersatzes und was ich jetzt mal machen werde, als allererstes, 64, wow. Habe ich echt kein Rezept für Compress-Kobbel. Da, das wird ja wohl reichen. So, jetzt nochmal 64. Schauen wir nochmal gerade zu. Sollte ja relativ schnell gehen, nur die Blöcke sind ein bisschen langsam, weil wir halt nur ein Segel haben. Aber ganz ehrlich gesagt, das ist glaube ich das kleinste Übel. So, wir müssen jetzt noch gucken, dass wir die jetzt auch noch auf die 64er bringen. Alter, 102 Nessersatzes. So, was brauchen wir jetzt nochmal für den? Das war so eine Transfernote. Da brauchen wir dieses Upgrade hier. Und zwar 8 Stück. Wir brauchen Transfernotes. Machen wir mal so. Ähm, chest. Yoro. 100. Wow. Was fehlt da jetzt? Ernsthaft? Redstone. Komm, 1000. Wir haben es. Jetzt noch einmal. Danke. Äh, und wir brauchen Gold. Alter, wir haben 1,1 Millionen Gold. Der kann den 10 nicht mehr mehr wiedergeben. Und am Ende brauchen wir noch so eine. Das heißt, wir brauchen doch noch... ...4. Und wir brauchen die Transfernotes, die ich zu viel gemacht habe, auch noch. Ich sehe irgendwie, dass uns gleich an der Fehlen wird. Und dann... ...gehen wir mal über zum QED. So, das brauchen wir. Und das brauchen wir. Und die Teile brauchen wir. Ja, wir haben die schon drin, die wir brauchen. Zack, 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 zack. So, wir brauchen jetzt aber noch eine Zutat, Badrochium. Und dafür habe ich hier den Cobble Generator vorbereitet. Wir haben 5 Octopel Compressed. Die werden wir mal kurz zu Blöcken auf Badrochium verbraten. So, Badrochium. Los, Lotus, 4. Ich starte schon immer noch normal rum. Das ist einfach so dumm. So, ein Block auf Badrochium. Äh, ihn geht auf Badrochium brauchen wir. Oh, das war sogar eine Quest. Dann können wir ja schon mal D hier machen. Und jetzt gleich den Nether-Side Generator mal 64. Das ist auch echt das erste Mal, dass ich so ein Bauer noch wirklich betreiben kann. Ja gut, ich glaube bei Infinity Evolve damals hätte ich ihn verwenden können, aber... Ich war zu faul. Drücken wir es mal so aus. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wir nehmen uns erstmal einen Nether-Star. Packen den hier hin. Okay. Wizard 3. Ähm. Das gefällt mir nicht. Den würde ich dann gerne woanders hinpacken. Dann müssen wir jetzt ab sofort mit Tesseraken arbeiten. Was kosten die? Äh. Oh Gott. Ja. Gut, dann fangen wir an. Was brauchen wir? Wir brauchen die hier. Dann kommen wir noch dazu, dass wir das Ganze einmal zu craften. Oh. Oh. Pattern. Und dann haben wir noch mal anders. Und dann machen wir noch mal anders. machen wir einmal so jetzt kommt das navige das plus das ähm machen wir mal ganz kurz alles hier aus dass hier nichts reinkommt und der durchhoffen kann oh, das war ja sehr schlau so, zack und zack sehr schön vielleicht sollten wir noch einen weiteren entdeutschenswert machen wäre fand ich gar nicht mal so dumm so, capsule das ergibt einen davon endcode, so wir brauchen dann das hier aber als crafting pattern so wie hat das alles in den geläu äh bitte mit 686 ach du scheiße brauchen wir viel mehr geläu äh, okay ja gut, ne äh, ich werde gerade ein bisschen erschrocken ähm, gut dann nehmen wir die mit nehmen wir die mit äh, die zack, man sollte so nicht mitnehmen so ja, wie machen wir das jetzt am besten ich glaube, wir müssen wieder mal replatzieren ich kann ja hier jetzt mal die Rezepte reinpacken für das 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 und das das ist ja uns eigenes so magma fluid so soll ich die hier zupacken ich würde sogar bald sagen nein machen wir hier eine neue bank dafür wir brauchen wieder unser ender energy conduit und ein wenig quats zum bauen machen wir dann hier wieder vier eins zwei drei vier ich glaube, dann packe ich hier jeweils vier stück hin weißt du, dann haben wir hier vier für ne, und so ich hoffe, er versteht jetzt wieder, was ich will also für redstone resonant ender aerothium und je nachdem, was wir auch kann man da mal gucken so, wir brauchen jetzt aber erst einmal energie und es wäre gut, wenn ich nicht den ganzen Boden abreißen würde sondern nur den halben so, wo haben wir denn jetzt hier energie? hier einmal rüber hier ist voll das heißt, wir müssten ein neues Kabel auch überlegen zum lück ist das scheißegal, wie das hier unten drunter aussieht wie gesagt, ich möchte halt einfach nur eine Basebound, die auch wirklich gut aussieht und wer weiß, vielleicht lege ich da dann auch mal mehr Fokus darauf ich höre jetzt schon wieder so ein Streetiker, der das hier anschaut und so denkt ha, lol glaubst du mag das selber ah, wer weiß, wer weiß oh naja, jetzt haben wir hier jetzt mal sowas zu tun ähm ich würde ja gerne machen wir hier, da brauchen wir hier zwei Cable Anchor und leiten das Ganze dann so weiter halt so dann können wir hier ein wenig Smart Cable nach oben schicken wobei, das schicke ich lieber so nach oben weil wir brauchen hm brauchen wir da ein Interface für? ja, da brauchen wir wir brauchen allein ja ein Interface dafür, dass es dann hier reinkommt aber was ich sagen kann, ist, dass es nicht von oben kommt, sondern von hinten und der auch nicht nach oben, sondern auch nach hinten seinen Output hat aber diesen so jetzt bitte den Import Bus und den Export Bus Export sollte hier einfach nur reichen und hier ein Import und wir müssen von oben die Rezepte reingehen lassen weil wir ja noch ein Interface brauchen für ähm ja ne dann machen wir das mit Redstone und erst mal mit einer Acceleration Card äh ich glaub dann ne nicht mehr das haben wir das fühlt sich hier auf dann das Interface und ich hab Kabel vergessen Alter wir sind schon wieder bei 140 GG so 3 6 dann kriegen wir hier vielleicht noch ein Dashenswetter hin jo können wir den gerade machen in Dashen ich brauch nur noch ein Maschinenfilm aber die haben wir ja drüben müssen wir auf jeden Fall auch gucken dass wir dann ähm so arbeiten dass die nicht dauerhaft hab ich noch ein Stack Inver reingepackt ja gut äh dass sich auch dauerhaft unsere Netherstars dafür verblasen werden aber das sollte ja das kleinste Problem sein also wenn wir das nicht in Geruf bekommen dann dann geh ich mich erschießen ich bin noch nicht hier so in Minecraft Main und dann krieg ich dieses kleine Furzproblem da nicht hin äh nicht hin dann soll ich doch echt der Blitz beim Scheißen erwischen so ähm Interface und Import was dann ist das unser Crafting Interface also Crafting Interactions Wetter na was braucht ihr nur so lange ein ok haben wir äh einen Import brauchen wir ok Imporet ja nymphoret was brauchen wir auch das ist der ähm ok lassen wir das und wie ist hab ich den Import passend auf die Fortkraft Sticky zack und ein Annihilation Core boah ich musste ich auf jeden Fall aufhören aufzunehmen dann machen wir den hier mal gerade rein so Kabel haben wir Import was und das Interface zack und zack dann kann hier dat rein device online device online sehr schön dann so dat kann das weg dat kann weg dat kann weg dat kann weg äh dat 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 wir waren hier dran halt halt äh jetzt haben wir dat können wir machen das Rezept und sollten wir jetzt gleich einen rausbekommen der craftet die noch ok kommt schon an Opa das hast du sehr schön dann brauchen wir einmal den hier sehr schön sehr schön ähm so dem hier encode kriegt er dann auch sofort das Rezept rein so wie geht es jetzt weiter wir wollen immer noch zum Tester rein hier das sollte ja jetzt gar kein Thema sein Energizer Capsule machen wir gleich vier du 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 ach der hat doch keine Augments ne deswegen dauert der doch noch mhm siehste so gleich findet man die Probleme dann machen wir das schon mal so ähm komm also sehr schön das haben wir jetzt auch dann gleich das Schema wie eben zack der wird auch reingesogen sehr schön dann unser Resonant Energy Cell encode und jetzt der Tesseract Frame so jetzt machen wir gerade ein jetzt müssen wir nur noch ein auf ein Tesseract Frame aufbauen für ähm hier das Ganze mal aufbauen für äh Resonant Ender so so sehr schön dann gehen wir jetzt hier hin wir brauchen einmal den Fluid und ansonsten den Molekular Assembler wie viele Tesseract Frames können wir gerade machen 20 hab ich kein Rezept für Fused Quads äh Alois Melter habe ich hier gar nicht angeschlossen merke ich gerade dann machen wir Harden Glass geht ja auch so wir brauchen 1,2,3,4 oder oder so genau 4 davon 1 davon gibt es wie viele Handlers 2 Stück klatschen wir noch hier rein ich wusste dass ich in dieser Folge noch in das Loch falten werde so ah ne keine 100,20 wo baue ich denn jetzt da Fused Quads das war für die Capsule ne allow or substitutions komm gehen wir dir sogar nochmal Harden Glass Court so rein mit dir Tesseract aha schieben wir das auf den super alter 900 lab auch der äh warte ich was ich gerade machen kann hier Augment 1 2 3 dann sollte das schon mal schneller gehen ähm der kriegt dann noch ne Installation Card ja schau mal das geht doch jetzt super jetzt haben wir im Sekundentakt so ne ähm Capsule drin das ist sehr schön ey leute in der nächsten Folge können wir Tesseracte machen das können wir kann ich schon mal safe call sagen und je nachdem haben wir dann sogar schon ne digitale Miner das wird immer besser du 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 ich liebe meine Bass so du 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 so dann würde ich sagen äh schauen wir mal kurz bei den Netherstars rein 212 komm ich will den ich will die Capacitor bei dem Fall sehen 2000 ne 2 Millionen 2,6 Millionen RF Input ja sicher ey wie dumm ist das da das ist doch total bescheuert aber wir verbrauchen gerade mal 13.000 20.000 ich würde sagen unsere Kühe haben ausgedient die können wir in Rente schicken ich glaube der Umreste ist ein ganzer Raum frei geworden vielleicht können wir hier die auch je nachdem noch ein paar Arme verwenden für ähm hm ich glaube das machen wir sogar lass mal ein paar Arme verwenden für die äh Infinity Ingalls da wird ja auch noch einiges zum automatisieren kommen sehr schön sehr schön Förderlessence ach wie kann man da so einen Rosenbusch ähm haben wir eine Poppy haben wir sogar dann machen wir sogar gerade eine Rosenbusch ich weiß die Folge ist schon lange genug dann können wir mal gucken ob das klappt vielleicht müssen wir ja dann gar nicht ähm die Base so rumlegen also hier die Energiespeicher das sagte wenn wir so oder so brauchen so und jetzt kriegen wir keinen Wisserschaden mehr machen wir mal gerade den Test mit einem also ok er macht trotzdem Schaden ja gut also auf jeden Fall werden wir gucken dass wir hier irgendwie einen Puffer machen können dass das halt ähm nur wenn sagen wir mal Speicher unter 50% ist dass er dann ähm dass er dann Neatherstars bekommt aber ich glaube nicht dass wir hier jetzt so Probleme haben werden ich bin gespannt wie das bei mir morgen früh aussehen wird ich hab morgen frei vielleicht hab ich einen kleinen Lachanfall dann find ich lustig dann gut dann würde ich sagen jetzt sehen wir uns beim nächsten Mal haut rein und tschüss